Wir können alle... mehr Stats. Warum die nur nicht mit uns reden? Ah, ok. Er hat sich ein paar Geldautomaten vorgenommen, aber sie nicht fertig angeschlossen. Solange die Verkabelung nicht fertig ist, rücken sie kein Geld raus. Ah, ja. Wetter nehmen Fests. Wetter nehme ich zum Unglück. Ich habe die Geldautomaten auch zerstört. So, na dann rein hier. Winterschlafplatz. Ah, ja. Ach ja, okay. Ich verstehe die Anstellung. Da, weiter. Oh, war fett. Eine simple Anlage. Aber sie dürfte ausreichen, um Luke Skywalker für seine Reise zum Imperator einzufrieren. Wir werden sie testen. An Käpt'n Solo. Oh nein. So habe ich mir diesen Deal echt nicht vorgestellt. An Solo wird in Steve gemacht und verkästert. Ich liebe dich. Er ist eigentlich gefrostet worden. Okay. Er hat von Kurschein gesteckt. Was haben Sie eigentlich vor? Ich gehe nirgendwo hin, bis wir Han nicht aus den Händen dieses Kopfgeldjägers befreit haben. Dann holen wir den Falken und halten ihn auf. Nee, ich kann dann nur spielen. Ralrician, Rathlorn Vader Ihnen nicht befohlen, die Gefahr in zu seinem Schiff zu bringen. Ralrician! Ralsch, Ralsch, Ralsch! Ralsch, Ralsch. Ralsch. Ralsch! 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 Der kann sich verkleidern. Das sind wir immer noch die anderen immer noch. Die anderen immer noch ohne Verkleidung. Weiß nicht, wie viel das bringen wird. Das ging leicht. Schleichen wir auf. Von den Hintern. Okay, die Antenne müssen wir finden. Ich habe das Ding hier noch nicht... Okay. Das Rezessor habe ich noch nicht verstanden. Ich kann mal Stats sammeln. Ah, nicht so viele wie es ausser... Ausser. Noch ein bisschen was können wir zerstören. Ja, dann können wir die anderen reinlassen. Ich räume hier nochmal auf. Wenn die anderen dann kommen. Soll es hier nicht so schmutzig aussehen. Okay, wir sollten mal... Okay, wir sollten mal... ... ... ... ... ... ... ... ... Das macht aber einen Lärm hier. Oh, ein Mini-Kitz. Gibt's nichts zu finden? Da haben wir vielleicht. Ah, ja. Ah, jetzt können wir hier durch. Das ist echt viel Heller. Hm, und aufgeräumt. Ich will da nur Kitzchen weiterspielen. Oh, was ist denn im Raum dort? Was haben wir hier? Ah, am Fenster. Das ist nach draußen. Ich kann eher was machen. Oben, rechts, unten, oben. Verdammt. Aha. Okay, unten, rechts, unten, oben. So. Oha. 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 gesammelt. Ob wir auch irgendwo mal wieder diese Waffenkisten sehen, das fand ich ganz toll im vierten Teil. Ab und zu mal Waffenkisten umgepacken, wo du dir einen Raketenwerfer oder sowas rausgezogen hast. Hier gibt es nur noch was zu sehen und keine Ebenraum. Was können wir hier bauen? Werden holen und kramen. Na und bringt's. Hm hm hm. So dringend will ich das gar nicht wissen. Lauf! Auf die Rebellen! Da sind keine. Da ist keiner kommen. Ich habe was zerstört. Ah, das ist das Raider. Das war der Rotogramm. Wow, wie ist das? Ich habe mein letztes Geld für dieses Zimmer ausgegeben, aber das war es wert. Diese Aussicht. Gut, Wattel, wir haben die Stadt eroberst. Wir bekommen jedes Zimmer umsonst. Nichts mehr lange. Wie komme ich da raus? Oh, das nehme ich jetzt. Ich bin froh, dass du das aufschwörst. Lass dir schon, dass die Bannergas hätte mir das hören verdient. Haha. Woraus können wir leider nicht. Schade. Wir könnten uns in der Aussicht genießen. Oha. State One. Und das ist Boba Fetts Schiff. Kommen Sie Prinzessin, wir müssen zum Feist. Meine Leute sollten den Hyperantrieb inzwischen repariert haben. Das Klirren von dem Kronlecht hat. Finde ich auch fantastisch. Ich werde die realen Banner mal wieder wegpacken. Ich kann nur noch was aufbauen. Wahrscheinlich wieder so nach. Genau. So eine Rampe hier. So sieht es aus. Noch lange nicht Fahrer, ich kriege eine Fahreridee. Mal gucken, was das andere bringt. Oh, da kommt ein Neuer. Soll ich wirklich wieder kurz einen Prozess mit deinem Grimm-Tash machen? Genug geredet. Los geht's. Cool, dass du mal wiederkommen lässt du demonstrieren. Die Stats können wir brauchen. Blaue Stats. Und jetzt das andere noch. ETSD. Jetzt kommt kein Neuen mehr, oder was? Damit hätten wir alle abballern können. Okay. Jetzt auch nochmal Stats führen. Hm. Gut, man damit so ein Slava, D.B. Oh, da. Oder doch. Dann schauen wir mal das noch. Befreit uns. Wir können euch gegen das böse Imperium helfen. Sehr gerne. Vorsicht. Diese imperialen Clowns sind hier überall. Nein. Ich werde vor allem mal zu ihm hier wechseln. Den Clowns war nicht oft zum Spielen. Ich glaube nicht für die Ware hier jedoch noch was. Obwohl wir keine WD mit dabei haben. Kein RCG. Die Strafverstärkung. Knallt jeden ab, der versucht durch diese Tür zu kommen. Der Millennium Falke darf die Landeplattform nicht verlassen. Ja. Dann wissen wir auch immer wo wir hin wollen. Sie sterren mich aus. Das ist meine Stadt. Meine Stadt. Kannst du euch endlich die Sturmgruppe beteiligen? Darum solltet ihr mich mal kümmern. Wenn nur R2 hier wäre. Ich vermisse es. Vorlauf mit der Hand oder ich sie doch tatsächlich. Keines raus. Wir holen uns diese Schlüsselkarte zurück. Hm. Schlüsselkarte. Erstmal die Wander zerstören. Da muss Lea ran. Die können wir jetzt einen Mitspieler geholtet haben. Oh, wahre Jedi. Sehr schön. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah! Oh, ja. Oh, ja. Achtung! Wollen wir mal anmarschen! Oh, ja. 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 eine ausgebildete sicherheitskraft hier danke jetzt schmeißen wir diese imperialen links rechts oben rechts aus dem weg aus dem weg habe ich gesagt die putze von der wand die 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 Ich muss 3 P.O. Schlüssel herkriegen. Aha. Schlüssel. Ich muss 3 Runde erlangen. Ich habe wieder etwas gehalten. Er ist nur Wölkenstadt. Ich habe es geschafft. Und da haben wir Dingens Kapsel Dieses, dieses, dieses Ja, das müssen wir jetzt wo eingeben Hier wahrscheinlich, aber das brauchen wir Das ist schlecht Na komm, der kriegt das nicht mehr zu Oh doch, jetzt kriegt das mehr zu Wir waren doch schonmal Jetzt sind wir im Kreis gelaufen Tja Und da haben wir noch keine Chipkarte Die Treppe Ohr hat sich wieder zerlegt In der Barsch Hallo Ah, Blitze Geht doch Die kriegen wir die großen Wummen Hier waren wir noch nicht, da steht noch ein Banner Oh, schon kaputt Enttäuschend Wir haben zwar schon Banner hier die Meister war Geld sammeln kann ich haben Oh, schon kaputt Nieserlich! In den Arsch geschossen. Ich glaube, es ist das. Ich glaube, es ist das. 1,1 durch. 2,1 durch. Für die Minikids. Minikids. Hurra! 3,5,5. 4,5,5. Oh, die Klazer. Ah, ja. Und auf geht's. Ich wusste, dass wir es schaffen. Na klar doch. Nichts zu sehen von dem Kopfgeldjäger. Los zum Falken. Die Klazer wird nicht ausgefahren. Chewie, sieh mal nach, was du tun kannst. Schwier reparierte Falten. Sie dürfen das Schiff nicht reparieren. Sie dürfen das Schiff nicht reparieren. Sie haben Lord Vader versetzt. Schraub sie. Wir sind verloren. Und alles nur wegen Captain Solos nutzt wie unserem Schiff. Nutzt los. Diesem Schiff haben wir den Kesselflug in weniger als 12 Parsecs geschafft. Ja. Dieses Schiff darf nicht entkommen. Na, komm. Das ist ein anderes für mich. Das ganze Südbruch. 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 Halt. Komm weg. Das ganze Südbruch. Das ganze Südbruch. Das ganze Südbruch. Die anderen. Die anderen. Die nicht greifen können. Die anderen nicht. Das ist ja eine ganze Armee, die sie hier haben. Ich nehme jetzt mit einer ganzen Armee auf. Ich glaube, ich bugge hier ein bisschen. Oha. Stay fun. Ich mag diesen Kopfgeldjäger wirklich nicht. Willkommen im Club. Irgendwie wertvolle Stats verloren. So viel zu ihrer Stadt, hm? Nee, sie haben meine Umhänge angefasst. Das ist doch ein Konkret, ja. Das ist doch ein Konkret, ja. So viel zu ihrer Stadt. Wir haben den Falken schießt. Das kommt wieder. Das wird der Falken schnauern sein. Jetzt kommt man zu zweit hier sehr gut. Wir haben den Falken auch noch mal aufräumen. Der Falken schnauern ist kaputt. Der Falken schnauern ist. Das ist ein Routerfeier. Schnell weg hier. Das ist nicht meine Schuld. Der Falken schnauern ist. Der Falken schnauern ist. Der Falken schnauern ist. Der Falken schnauern ist.